Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hoftagmann im LS19, einen wunderschönen guten Tag für euch. So, ich bin hier dabei, 2-1 zu dühen. Ich mach mal 2 abprobieren, zack. Und so viele Rechte. Wunderschöne. Gehe ihn. Gehe ihn. So, dann habe ich auch raus, wenn ich reiche. So, jetzt müssen wir kurz noch mal schauen, und zwar, ähm, was soll ich jetzt schauen? Was soll ich kurz machen? Ah, den? Ah, schon. Wo ist denn da jetzt drin? So, da sind 200.000 Liter drin. So, dann können wir gleich wieder den Rest, ähm, zum Compost machen. Ja, machen wir einen Compost. Ja, nochmal Compost. Ja, dann wollen wir einen, so, ja. So, dann wollen wir mal. Was soll ich noch? Ja, was soll ich noch? Ja, ich bin noch mal. Ja, ich bin noch mal. So, der macht das, der macht das, denke ich mal zum 2-Tierstein, der Rechardt wieder 8% und, ja, so, ja, in der nächsten Aufnahmesession, äh, lasst ihr überraschen, da kommt was Neues auf uns zu, nicht vom Spül her, sondern vom Setup her, lasst ihr überraschen, also jetzt sind wir 2 Stück am Rockout und dann sehen wir, so, ja, jetzt bin ich erst wieder, so, so, 2 Folgen am Stück nehmen jetzt auch, also, so, heute kommt jetzt die Folge später, so, um 17 Uhr, also, heute Samstag, und am Sonntag kommt es wieder um 6 Uhr, ja, ich komme jetzt schon, und jetzt, ja, und dann mit 3 auf, dann noch 2, 2 Folgen, und dann, ja, und dann, ja, ich weiß nicht, 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 so, so, gut mit dem you шум, ist ein paar Mal, und dann, ich muss mich um 9 Uhr ja, ich So, I don't need that eye net. Then we already have the first glass of water in the compost. What's going on? Yeah, good. I'm going down. I'm going down. was ist dir eigentlich nicht hochkann? na, du tust dir eigentlich nicht hier die Schneidverkommung was ist denn hier denn du? ja Was, dann können wir wieder einstalten. Dann der Tüngerstreuer ist fertig. So geht es da hin. So. Dann schreibt es mal in die Kommentare, ob wir jetzt als nächstes auf Biere gehen und welche Biere markarten sollen. Oder ob wir noch in etwas anderes investieren sollen. Zum Beispiel Gewächsfräser oder besondere Arbeit. Oder die Zerzangreise an Ladeboden kaufen. Das wäre ja glaube ich bescheid da. So. Er ist fertig. So. 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 Und vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Ihr seid die Besten. So. So. Ich muss kurz noch etwas nachschauen. So. Fast. Ladeboden. Der ist Agla fertig. Wie schaut es mir denn aus? Der ist bei 42%. Der ist eigentlich eine Düngerherstellung. Der ist gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 und die ZDF, 2020 Und ja, das wollte ich euch nur noch einmal sagen, damit ihr die beste Kurve Zeit habt. Wenn ihr so weiter unterstützt und supportet macht, dann werden wir bald die 1000 Tabels dabei. Das wäre ein größter Traum, den ich je habe. Ich werde euch Videos produzieren, um den Spaß zu machen, da kann ich nicht mehr das greifen. Jetzt müssen wir zwei voll sparen, aber naja. So, dann müssen wir jetzt kurz zum Komposter dran. Seht ihr jetzt hier wieder Auto kommen, oder? Ein Wetter. Können wir durchfahren. So, dann fahren wir mit dem. So, dann fahren wir mit dem. Und dann haben wir die Bromlenk in der Heizung. So, dann schließen wir mit der Ecke aus. So, dann senden wir mit dem Rauch. Das ist der Zentrum der Schaden. Aber das ist eine Wettbewerbung. Das ist ein Wettbewerb. Oder ist das so ein Problem? Oh, das ist ein Sync-Problem. So, dann müssen wir den abdanken. Warum fass ich eigentlich immer weiter, wenn ich ja auch stehe? Sollte Das ist egal. So, ich werde schon wieder instern. Äh... Da ist die Frommus, oder? Almost. I don't know. Ow. I'm okay. Was wir sehen, ist, dass er ist abgedankt. So, dann werden wir kurz noch was anderes schauen. Und zwar... Was man... Was man... Nur uns sagen... Ja, ähm... Gabs oder... Dings... Sonnenblumen. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Und ich muss mich noch herzlich für Ihren Support bedanken. Ja, vergesst natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Glocke zu aktivieren und einen netten Kommentar zu hinterlassen. Und ja, danke fürs Zwischen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.